Hey, in dieser Übung geht es um das Wechselspiel von Ein- und Ausatmung. Wir beginnen die Übung mit einer langen Ausatmung auf Pf. Achtet darauf, wie das Zwerchfell diese Ausatmung mit einer Bewegung nach innen oben begleitet. Wenn ihr ganz ausgeatmet habt, bleibt einen kleinen Moment in diesem ausgeatmeten Zustand. Stellt euch dann für die Einatmung vor, dass die Luft wie von selber wieder einfällt. Was müssen wir dafür tun? Wir müssen darauf achten, dass wir diese innere Weite spüren, dass die Kehle wirklich auf ist. Ihr könnt euch auch ruhig mal vorstellen, dass eure Stimmen da wirklich öffnen, wenn ihr die Luft wieder reinlasst. Der Kiefer ist gelöst und die Spannung, die sich aufgebaut hat während der Ausatmung im Zwerchfell und in der Bauchdecke, die lösen wir auch wieder. Also, woran wir denken, ist eigentlich nur Entspannung, Entspannung, Entspannung. Das sieht dann so aus. Interessant dabei ist noch, dass die Bewegung der Luft von oben nach unten ist und wir sie aber körperlich von unten nach oben wahrnehmen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017